Die Natur ist wunderschön. Sie versorgt uns mit frischem Wasser, sauberer Luft, gesunden Nahrungsmitteln, jeden Tag. Sie ist unsere Lebensgrundlage. Die Heinz-Sielmann-Stiftung lässt Naturlandschaften entstehen, verbindet Biotope als Trittsteine zu einem Netzwerk des Lebens, engagiert sich bundesweit und fördert international. So entstehen Orte der Vielfalt, damit unsere Kinder auch in Zukunft die Wunder der Natur erleben können. Lernen Sie uns kennen. Helfen Sie mit.